es geht hier weiter ich freue mich extrem auf diese quest es sieht einfach nur sensationell aus schaut euch das mal so ziehen wird hier im gebiet gesucht steht hier a la matrix style oder was okay wie komme ich darunter hier durch okay müssen kämpfen weg mit dir noch jemand nein was aufsammeln die dinge brauchen wir platzieren er wurde aktiviert man das liegt daran dass diese art von reservantriebssystem aus einer reihe kleine energie gelie besteht dass wir von unten anfangen müssen okay das heißt dass wir hier noch einiges zu tun haben ich freue mich energieblock im ruinen riesen laut jazari sind diese energie blöcke die reserve energie quell der ruinen riesen okay die bereits eingefügten energie blöcke kann man auch wieder ausnehmen und an oh gott aller das wird jetzt nicht kompliziert ziehen okay was kann man hier machen kann ich hier eins platzieren ja okay jetzt haben wir die möglichkeit hier ist noch so ein teil hier kann ich noch etwas platzieren haben wir das markt gewinnt ich bin mit herrn jazari jazari oder jazari hier nachdem dieses ding nervt mich vergess immer was macht er mit seiner kamera vergess immer auf weiter zu drücken seid ihr schon wieder zurück waren schon die ganze zeit da aha aha okay okay wir könnten die wieder rausnehmen steht da auf der mittleren ebene zur mittleren ebene kann ich die rausnehmen passiert dann was moment ja ich kann nichts mehr rausnehmen weil die jetzt verbunden sind vielleicht kann ich aber ab zur mittleren ebene ja können wir yes geiles ding wir sollen das hier aktivieren dafür brauchen wir aber noch die kerne zieren platzieren uns fehlen noch welche dahinten da müssen wir etwas platzieren glaube ich uns fehlen die energiequellen kommen wir ziehen das einmal und schauen mal was dann passiert vielleicht kann man ja das hier ziehen und dann da in in der mitte platzieren aha ziehen ziehen aufziehen das macht aber irgendwie keinen sinn es macht keinen sinn aber wir schauen mal platzieren 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 ah eine sekunde ich will mir das mal anschauen ich will mir das mal anschauen was gibt es hier ah die müssen alle hier rein oder was ok das wäre krass das wäre krass das wäre krass also nehmen wir das mit schauen wir uns nochmal um das hatten wir mitgenommen gehabt ja da brauchen wir drei nehmen wir die erstmal mit ich kann aber nicht beide ok ich habe glaube ich jetzt beide oder ja ok wie viele brauche ich hier einen geheimnisvolle aufzeichnung geheimnisvolle aufzeichnung ok aufsammeln gibt es hier noch etwas platzieren macht das irgendwas ok ok auch eine aufzeichnung müssen aber den killen jetzt schaden läuft ok ok ich glaube das ist einer der wichtigen teile aber wir brauchen das erstmal das hier damit wir den dreier aktivieren können der dreier ist glaube ich der nächste oder der übernächste ja ok jetzt müssten wir genug haben ok den können wir eigentlich ignorieren passiert nichts ok ok jetzt können wir das hier zack platzieren 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 die frage ist aber wie komme ich dann hier rein hm das ist seltsam fehlt muss einer brauche ich das überhaupt ich weiß es nicht müssen wir uns das mal anschauen jetzt wir verbinden erstmal den weil hierfür brauchen wir zwei so zack ok ok jetzt hatten wir hier noch eins gehabt schon mal nein hatten wir hier einen gehabt auch nicht hatten wir hier den hatten wir verbunden gehabt also fehlt nur noch der eine da bin ich mal gespannt ne uns fehlt noch der hier wie soll ich da reinkommen ah moment moment ich hab's oh mein gott bisschen nachdenken Ufi oh fuck platzieren rein platzieren ziehen und platzieren let's go Junge oh mein gott was bist du feiner oh mein gott was bist du feiner halt alles duf bei dir keine scherzen ja damit hast du nicht gerechnet dachtest du kannst kommen und mich ärgern scheiß drehen weg mit dir sprich mit herrn jazari wir müssen runter da zack wo ist er da ist er hey was habt ihr oben angst als ich die induktionsschleife studiert habe habe ich großen lärm gehört egal was ihr tut seid bitte nicht zu brutal mit diesem ort ok sorry bruder ich dachte wir sind cool schieße das antriebssystem der fahrer kabine wieder an ok das heißt äh zur oberen Ebene ja hallo wo ist denn das ding ah das kommt erst jetzt jetzt let's go währenddessen können wir mal das hier anwenden weil es mich schläft ok sind gleich oben da sind wir jetzt wird es spannend ähm ok hier läuft es genauso ab sandiks notiz was passiert gerade ok aha ok geheimnis darf nicht an den Rest der Gruppe übergeben werden interessant jetzt ist die frage jetzt ist die frage hier kann man zum beispiel rüber wo finde ich die ersten teile hier gibt es zum beispiel gar keine informationen wie ich anfangen würde also wird es schwieriger gehen wir mal rüber was ist das konnte ich damit irgendwas machen gerade hm das ding ist aktiv das könnten wir entnehmen und mal hier rein da ist eine notiz mehr ist hier nicht aha ok interessant dank für die informationen denkt uns aber nicht weiter gehen wir mal dahinter hier ist ein teil nice wir nehmen alles mit und gehen mal rüber weil ich weiß nicht wie viele teile ich brauchen werde deswegen nehmen wir sicherheitshalber alles mit so das ding ist ja schon aufgewiesen wir müssen hier rüber da ist eine truhe ja geil so läuft sonst ist hier nichts dann wieder raus platzieren rüber gehen anscheinend doch so easy wir können hier wir können hier das ist ja noch nicht wir können hier ein paar den der die 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 ja lasst uns das mal aktivieren hier jetzt schon extrem bock drauf aktiviere den ruinen riesen let's go was kann ich damit machen was angriff eingabe was bei einem angriff muss der es vorheizen was habe ich das gemacht bergfinished oder was ok wir haben das ding kaputt gemacht läuft nicht mehr sorry oh da ist eine höhle habt ihr das gesehen ja habt ihr wer schimpft jetzt mit uns weil wir es kaputt gemacht haben ich habe doch gesagt wir müssen den prozess befolgen wir haben nichts angerührt na gut ich halte diesen zwischenfall als experimentieren unfall versäufs bla bla wir sind durch schade wer lasse den ruinen riesen machen wir gerne aber ich muss mal kurz schauen ob es hier noch etwas gibt oh hier sind noch gegner so hier durch und raus geht's untersuche den getroffenen ort machen wir sofort ich weiß auch nicht ob es jetzt eine neue quest ist oder ob es dazu gehört wir machen aber einfach mal oder schauen wir später ob wir das als nächstes video hochladen oder ob es einfach dazu gehört okay du aber es tut uns so leid zum glück bist du unverletzt irgendwas ist aber trotzdem passiert ah betritt die unterirdische ruine krass aha aha da sind wir ja let's go schauen wir uns das mal an teleportations punkt aktivieren und ab geht's interessant abkommt magier on the way komm schon komm schon okay setze deine erkundung fort machen wir gerne jetzt will ich jumpen los nimm hier alle mit okay da gibt es noch einen wellenreiterrufpunkt was geht hier vor sich oh mein gott was ist das okay der leuchtende gegenstand sollte das chaos getriebe des ruinriesen sein von dem jazari gesprochen hat es wird zwar von zweigem treten versiegelt aber etwas scheint heraus zu fließen aha okay okay die ursache der krankheit des waldes scheiß riese das ist unser wald in ruhe besiege 3 abkommt magier ist aber auch ein abkommt magier wenn ich auch besiege und repräsentiert und dann sag und bam Wir sollten mal ein bisschen unsere Abenteuer heilen. Leicht. Aha. Ah, die Abgrundmagier. Die sind die Bösen hier. Äh. Dann killen wir die mal alle. Oh mein Gott. Wie bescheuert. Okay. Das bringt uns Fischl gar nicht gerade. So ist es schon besser. Wir sollten wir mal angreifen, bevor der Attacken macht. Schön, dass die Loot droppen. Aha, aha. Fehlt nur noch eine Gruppe. Was haben wir da hinten? What is that? Ach so, das ist mein Weg, glaube ich. Kann es sein? Gehen wir mal. Ganz dezent. Wie zum Klettern. Schade, dass man nicht einfach hoch kann. Hier sehe ich etwas. Okay, sorry. Ich brauche das hier. Zack. Äh, okay. Brauchen wir das? Könnte sein. Deswegen schauen wir mal. In diesem Fall ist es eine Truhe. Können wir auch gebrauchen. Oh mein Gott. Was bewegst du dich so schnell? Jetzt haben wir dich. Yes. Da hinten geht es noch weiter. Und, was ist das? Eine Truhe. Wie gesagt, im schlimmsten Fall eine Truhe. Eine einfache Truhe. Also, ich muss sagen, die Geiern hier eine Truhe. Ich möchte gerne hoch. Da komme ich am besten hoch. Kriege ich das? Kriege ich das? Kriege ich das? Ich kriege das hier. Jetzt kriege ich das. Und da sind die Pisser schon. Zack. Nicht getroffen. Und weg mit euch. Okay. Geh zum Kern. Erstmal nehmen wir unser Loot mit. Was machen die Pisser hier? Ist hier was? Nee, okay. Dein Tschüss. Ist aber noch ein Teleportationspunkt. Aber über uns. So. Hallo. Nee, was machst denn du hier, du Arsch? Der ist ja überall. Jetzt wird's gekämpft. War nicht fertig. Okay, jetzt kommt ihm was. Okay, Elektro, Gott sei Dank. Jetzt ging weg. Komm her. So Arschlöck. Oh mein Gott, wie lange das dauert. Ich schalte den Extractor aus. Der ist wieder über uns. Am besten komme ich so hoch. Zack. Und wieder zurück. Da sind wir. Nee. Oh, ich dachte, ich falle hier runter. Nice. Verlasse die unterirdische Ruine. Mache ich doch gerne. Kann ich hoch teleportieren irgendwie? Leider nicht. Deswegen muss ich mich... Muss ich das Ding hier so verlassen. Okay. Gibt es hier einen Weg? Nee, hier gibt es keinen Weg. Aber ich habe irgendwo einen Weg gesehen gehabt. Wo man raus kann. Da vielleicht? Das sieht gut aus. Yes. Sprich mit... Ararika. Keine Ahnung, wie diesen Namen ausgesprochen werden. Zack. Wir haben es geschafft. War eine geile Herausforderung. Hat echt Spaß gemacht. Das war's dann also. Ehrlich gesagt. Ein langes Abenteuer. Wenn wir Jasari davon erzählen. Ja, das war echt ein langes Abenteuer gewesen. Aber es hat extrem Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt auf dieses verdammte Fest gehen können. Oder ob wir noch Sachen zu tun haben. Da bin ich echt mal gespannt. Nice. Vergiss mich nicht. Kinder des Waldes. Auftrag abgeschlossen. Kehr dorthin zurück. Woran hast. Das machen wir alles im nächsten Video. Wir sind hier erstmal durch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.